Was ist? Du nehmst mich ja. Du nehmst jetzt auch? Nee, ich nehm nicht auch. Wieso nicht? Weil das ne neue Map ist, die ich nicht kenn. Ja und? Ja, ich hab ja tatsächlich das DLC gedownloadet. Hört auf umzuheulen. Ja, ich hab auch Prestige angefangen. Hört weiter... äh, hört auf umzuheulen. Ich weiß, was ich damals mal gesagt hab, ihr Pisse. Ja, du nehmst jetzt doch auf. Ah ja, natürlich nehm ich auf. Arschloch, du hast mich noch aufs Konzept bringen. Ja, ich hab's geschafft. Ein spannendes Teil. Und ich hab den Franzosen im Team, darum werde ich verloren. Ich muss mal wieder Black Ops neu starten. Und er muss wieder Black Ops neu starten. Kauft ihr doch mal einen gescheiten Rechner, Juni. Immer wenn er aufnimmt. Ja, immer wenn... Ja, voll der Rassist? Das macht er extra. Du Kurde. Er nicht? So, Jackie. Wie war das jetzt mit Nacht Schwimmen? Man wollte jetzt zu mir kommen. Ja. Dann wenn ich Zeit habe. H-ha. 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 Nicht mal den Anstand zu haben, außerhalb meines Videos zu verwecken. Ja, mal pass dich hin. Was ist die Map-Scheiße? Was ist die? Wie ist doll? Ihr seid beide scheiße. Ich weiß, dass du mich nicht meinst. Das hab ich gar nicht. Oh, leck mich an. Leck mich an. Wo soll ich dich lieben? Leck mein blutiges Charme hab. Die Map ist echt geil. Ich hab schon 3-0. Was? Ja. Ich spiel die Map zum ersten Mal und hab 3-0. Ich bumse sie hier alle weg. Fick dich. Ich kann's halt. Na, du bist so overporned. Martin Ampott ausgeliehen. Macht den Ampott für sich als Ampott. Oh, ich hab's auch zu lügen. So ist das Problem. Ich bin das tot. Würde ich jetzt auch sagen, das glaube ich, das wäre aber nicht. Ne. 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 Oh, ich hab's ja so lüten. Doch, das ist so rassistisch. Ja, ne. Stich dich. Du Jude. Die dreckige Kurde. Ja. Wasch ich mal. Das ist schon lüten. Kurde wird doch irgendwie so rein. Geht ja schon wieder nach 4.5. Ja, das ist gar nicht mehr. Ja, das ist gar nicht mehr, merkst du? Der nimmt doch eh nicht auf. Glaube ich gar nicht. nicht in der Falle ich verlinke ich beide jetzt zu Facebook einfach unter mein Video nein wir werden lassen nein nur für den kurzen Spruch ich freue mich wieder auf ein Land in die Wand veröffentlicht nach so ein paar Stichwürttemberg das Video zu deinem Facebook-Profi okay klar wird ich habe die Aufrufe das da und sagen wir es mal so gut 90 Prozent davon sind da gucken die mich alle an ja da kann sie das da sein wenn ich im Alter zwischen 13 und 14 ja okay mach kann ich die alle verarschen jetzt hast du schon vorgesagt es geht sich nicht mehr du musst taktisch mitdenken die hören dich was du hier im Video sagst du nimmst doch gar nicht auf ich nehmt nimmst du gar nicht natürlich nimmst du gar nicht nimmst du gar nicht ich hab vier zu eins der Zwischenzeit du nimmst ganz auf ich hab fünf zu eins wenn ich hier nicht aufnehmen würde wäre es echt scheiße nimmst du nimmst 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 das ist so aus es gibt schluss dort wird die kommen das könnte er aber auch jetzt andersrum sagen nicht mal kann man nur ich kann man nicht hassen du bildest dir ein bisschen zu viel ein das würde ich doch nicht sagen aber sind die besitzt werden ob es so alleine unterwegs gibt es aber leider viel dricks mit oder wie sehr recht sterben das ist der ruf zu kämpfen nur kennt die Wer denn? Ja, scheiß Kind. Ah, du kannst nur noch spielen, ich gebe zu. Ich habe 6-3 in Du. Ja? Hört ihr meinen Fibrata wieder? Ja, den hören wir immer. Okay. Der steckt auch noch. Das muss man schon verstecken. Endorphine, Paste-Camp, siehst du? Paste-Camp. Französisch, irgendeiner von meinen Abonnenten kann bestimmt Französisch. Äh, näh. Ich würde noch nie Kämpfersatz, das hast du wahrscheinlich seine Mutter beleidigt oder nicht. Ich sollte noch meine Milch in den Kühlschrank bringen. Warum? Hast du vorhin abgesagt? Nein, ich habe Kellogg's gegessen. Komm, aber mach dir mit Frischmilch? Ja. Direkt von... Nee, aufsatzt, aufsatzt, aufsatzt. Nee, aufsatzt, aufsatzt. Nee, aufsatzt, aufsatzt. Das wüsste ich. Das wüsste ich auch. Daran könnte ich mich erinnern. Nein, du hast geschlafen. Und vorher habe ich dich abgefüllt. Ja. So viel Geld, um nicht abzufüllen. Glaubst du? Ja. Glaubst du? Ja. Ja. Wollen wir es austesten? Ist okay. Wollen wir es austesten? Hör auf zu Camping jetzt! Hör auf zu Camping. Hör auf zu Camping. Nee, da hängt das schon ein Stuhl in den... Kapu. Also, Jacky, soll man was austesten? Boah, ist das kalt draußen. Nicht vom Thema ablenken. Du, besonders nicht bei 38 Grad im Schatten draußen. Es ist kalt. Ich soll sagen, soll ich dich wärmen kommen? Ja. Mach dich nackisch, Kollege. Hey, hier rieb nass. Dann zieh dich aus. Dann zieh dich doch aus. Bei dir auch, oder? Ja. Schießt du den Regen nicht im Spiel, oder was? Bei mir ist strahlender Sonnenschein. Dann spiel mal auf den Falschen, Sir. Meinze. Warte. Das kann heute schön, na. Scheiße. Mach doch echt kalt. Jetzt zieh dich aus. Dann ich mir... Oh, ist der boh. Ich müsste mich eher anziehen. Ja, mach doch kein... Anziehen ist böse. Ich bin bereit, bleib dich zugemerkt. Er war doch scheiße. Ja, das bist du. Ich mach, glaub ich, gleich Mörder. Ich glaub, ich mörder gleich. Ich glaub, ich mach gleich noch. Wieso, ähm... Kommt Gordon hier nicht mehr rein? Hab ich noch mal freundliche Grüße an Gordon. Willkommen in meinem Video, wir haben das auch hin. Oh, nein. Oh, nein. Das heißt, stumm. Fuck. Irgendwie wurde in Napa in meinen Kräften gesetzt, ohne zu wissen wo. Und dann in drei Gegner geraten. Zwei. Und nehm, ich jetzt echt auf? Ja, ich nehm auch Schwätzelein. Sag's Scheiße, so darf ich dich immer noch nicht nehmen. Das hast du mir ja verboten. Nein. Nee. Okay. Da drumlaufen ist ja verboten. Ihr seid scheiße. Du bist noch beschissen, na? Ja, nix. Weiß, hab ich mich grad mit eingecremt. Ich hab gewonnen, ich bin gut. Sagt was anderes in meinen Kommentaren, ich bann euch. Bis zum nächsten Mal.